Was ist das? Warten Sie! Nix. Ist das nix? Warten Sie! Warten Sie! Warten Sie! Warten Sie! Hi, die Alice ist grad nicht da. Was ist jetzt mit uns? Das fragst du mich? Du hebst sie nicht an! Ich will nicht nur irgendeiner satt sein. Conny! Ich brauch dich drinnen jetzt gleich. Ich muss noch wohin. Später. Wo hast du das Handy her? Wenigstens habe ich mich nicht getäuscht. Alice. Das war schon vorbei. Jetzt ist es vorbei. Alice, gib mir das Handy. Gib mir das Handy. Gib mir das Handy. Alice, Alice, gib mir das Handy! Entschuldigung, die Störung. Darf ich einmal? Ah, das haben wir schon gesucht. Das war in seinem Bus. Im Handschuhfach. Der letzte Chat. Hey, mir ist das Benzin ausgegangen. Kannst du mich abholen?